Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich mal ein Forex CFD Video mit meinem Lieblingsbroker NSB oder NSB. Ich habe insgesamt fünf offene Trades. Im Euro, Japanisch Yen, Euro, US-Dollar, British Fund, US-Dollar, UK 100, auch genannt FTSE 100, das ist das Pendant zum DAX bzw. Dow Jones. Und also unten noch US-Dollar, Japanisch Yen. Vier von fünf Trades sind im Gewinn. Bei NSB kann man Währung, Edelmetall usw. handeln. Ich konzentriere mich auf Währungen. Darüber hinaus besitzt dieser Broker sieben wichtige Regulierungen, vor allem die sehr wichtige BaFin-Regulierung. Der US-Dollar-Account gehört mir nur zur Hälfte. Die andere Hälfte gehört einer Investmentgesellschaft aus Kalifornien. Die andere Hälfte geschenkt über die Aufmerksamkeit. Entschuldigen Sie? Herzlichen Dank für mein privaten Einzelcoaching. 10K pro Monat interessiert und diese Strategie lernen möchte, kann sich noch bewerben. Ich habe noch 18 freie Plätze. Bis zum nächsten Mal, adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.